Das war übergeil! Baby ist zu Hause. Okay, ich brauch ein bisschen Frieden. Fernseher! Wir sind so nah, dass ich die Asche der Zigarette vom Quarterback sehe. Scheißperr, hast mich angepickt! Gib mir mal ein kaltes aus dem Kühler. Halt mal! Ich hab 700 Mäuse für eine Glotze hingelegt, damit ich meiner Familie beim Glücklichsein zugucken kann. Also schnauze! Ich werde dich durch die verfickte Scheißwand prügeln! Es tut mir leid, Susan, aber dein Sohn ist echt scheiße! Frank, geh und hau deinen Box ab. Kevin, Zimmer! So, während Mama sich um ein kleines Hobby kümmert... Es ist ein Job! Ja, sicher, ein Job. Schatz, du hast allen Grund, sauer auf mich zu sein. Wenn du ein paar Minuten brauchst, bevor du's Abendessen machst... Okay. Du kannst mich nicht mit den Kindern allein lassen, das überlebe ich nicht! Es ist wie... Wie nennt sich das? So ein Yoga-Karate-Ding. Fuck you! Es tut mir leid. Ich dachte, du bist heute Abend glücklich. Ich denk das nie wieder. Puh, das ist ne Party. Komm, 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 komm 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 komm77er Wenn du souge es, wird dich hingoold, nah eu kommbalion! Komm, komm, komm komm